wir haben eine mission blut ist jetzt erst mal drittens so Da läuft einer. Es juckt mich schon, ihn abzuknallen, muss ich mal so sagen. Es juckt mich schon, ihn abzuknallen, muss ich mal so sagen. Es juckt mich schon, ihn abzuknallen, muss ich mal so sagen. Wo ist er hingelaufen? Es juckt mich schon, ihn abzuknallen. Da war er. Alter Schweder. Oh Mann, das weiß zu leben hier, lässt es sich gut gehen. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was für Waffe sind die Leute hier schon wieder oben rein? Top gemottet für meine Verhältnisse. Das war's für heute. 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 Gute Mann hat auch schon einen über den Jordan geschickt. Und zwar hier unten, die arme Seele in Not. So, wir platzieren erstmal. Da liegt der Wasserfilter. Schnell platzieren. Das Kaffee. Das Kaffee schreit dort. Das Kaffee schreit. 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 Das ist immer noch stinkig. Das spielt sich da hinten ab. Wir müssen aufpassen, hier ist auch eine Quest, eine Quest-Gegend. Wo muss ich überhaupt raus, Leute? Bridge-Extraction. Oder schlage ich mich bei den Outskirts raus? Hier ist es. auch vorhin im Dorf waren ja Schüsse eigentlich, also weiß ich nicht, ob der Typ, der da drum geballert hat, jetzt dann nicht demnächst auch sich ins Auto setzt und sich aus dem Staub macht. Musik 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 Musik